Oktober 2016 begann der Rosenkrieg zwischen dem einzigen Traumpaar des deutschen Filmbills Sarah und Pietro Lombardi. Seit kurzem sieht man die beiden aber wieder versöhnlich im Umgang miteinander. Aber inwieweit hat Sohnemann Alessio von all dem Ärger zwischen Mama und Papa Wind bekommen? RTL Exklusiv hat die Kölnerin zum Training ins Just Fit Studio begleitet, denn hier fällt es ihr leichter über ihren zweijährigen Sohn zu sprechen und wie er die Trennung verkraftet hat. Alessio ist noch sehr klein, so richtig hat er es nicht mitbekommen oder gar nicht verstanden. Er hat seine Mama und seinen Papa, die wohnen jetzt nur nicht mehr zusammen und die geben sich auch keinen Kuss mehr, erklärte die 24-Jährige ganz offen. Wenn Alessio dann größer ist, will sie ihm zusammen mit dem 25 Jahre alten Papa Pietro alles erklären. Heute geht es nur noch um Alessio und wenn gestritten wird, dann nur noch über die Erziehung von Alessio. Das klingt ja schon fast nach Harmonie, oder? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.